Geht's dir nicht gut? Ich weiß es auch nicht. Komm schon, was ist los? Ich bin einfach nie gut drauf, okay? Hast du zu viel genommen? Würdest du dich nicht scheiße fühlen, wenn du den ganzen Tag in den Traum klauen und aufgehst? Nö? Am besten gehe ich einfach zurück und stelle mich. In dem auch so? Du weißt doch auch nicht, was ich will. Mach nichts. Hauptsache ich weiß, was ich will. Was ich will, womit ich will. Wunderschönen Untertitelung. BR 2018